zurück im live webinar hier am freitag heute mit dem zweiten teil und einem blick in die deutsche wirtschaft das heißt wir blicken mal was der wirtschaftsbericht für deutschland hier im mai gebracht hat also die daten aus dem april beleuchten wir hier an dieser stelle jetzt einmal ganz genau um zu schauen wie es der wirtschaft hier bei uns in deutschland gerade auch geht bevor wir hier ins detail gehen natürlich wieder der risikohinweis den bitte ich in gänze zur kenntnis zu nehmen wir besprechen hier an dieser stelle zwar keine einzelnen handelsideen aber trotzdem es ist verpflichtend sie wissen es der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen der thema der teno heute zew konjunkturindex manchmal werde ich gefragt wieso gucke ich mir denn solche langweiligen zahlen solche langweiligen berichte auch an das ist doch blöd das macht keinen spaß ja es gibt schönere aufgaben aber diese berichte die sind einfach wichtig weil wir da sag ich mal an bestimmten punkten doch ein gutes feingefühl bekommen können zum einen wie es unserer wirtschaft geht und zum anderen ob wir möglicherweise vor bestimmten richtungswechseln in der wirtschaft stehen könnten was heißt das wieso sage ich das an dieser stelle so ich sage das so weil eine wirtschaft entwickelt sich ja sage ich mal so in schwüngen also wir haben sagen wir mal einen wirtschaftskreislauf der sich immer in dieser art und weise beschäftigt dass man aufschwung phasen und abschwung phasen miteinander hat und ganz wichtige phasen in diesen bereichen sind halt die hier unten und die hier oben das sind die wichtigen phasen wo ich sage hier wenn es lange in diesen richtungen läuft muss man ganz genau hinschauen was diese berichte sagen weil es da manchmal sag ich mal kommentare geben kann die das zünglein an der waage sind die dann ganz plötzlich massive umschwünge an den aktienmärkten oder währungsmärkten auch mitbringen können und das ist ja das was wir hier traden wollen deshalb schaue ich rum und jeder der jetzt hier zuschaut denke ich mal ist auch in der lage zu sagen von der reinen wirtschaftlichen phase wo wir gerade befinden also ob wir hier unten sind oder hier oben sind wir sind halt oben so und auf was muss man oben schauen und wir sind schon sehr sehr lange mittlerweile oben angekommen man muss einfach oben schauen ob wir hier ermüdungserscheinungen in der wirtschaft bekommen und dann kann das halt aus diesen berichten heraus kaskadierende wirkungen geben das heißt dass plötzlich man merkt das wirtschaftswachstum wird schwächer lohnsteigerungen gehen aus und die unternehmen fangen an zu sparen gehen auf zeitarbeit und dann sind das alles so dinge die dann in die arbeitsmarkt zahlen einspielen das sind so faktoren wo man genau hinschauen muss was sich hier tut dass man sich aus diesen dingen auch immer gut auf den handel mit vorbereiten kann nicht nur intraday sondern hier auch schön mittelfristig deswegen gucken wir uns das ganze an an dieser stelle für all diejenigen die es noch nicht so genau kennen was ist denn hier der finanzmarkt report den wir bekommen wofür ist der da das ist der konjunktur bericht für deutschland der wurde ja nach der wiedervereinigung 1991 ins leben gerufen also die wiedervereinigung war natürlich eher aber es kam erst nach der wiedervereinigung hier ins spiel und es ist ein report über die aktuelle wirtschaftliche stimmung in deutschland da gibt es mehrere das ist halt der von der zew den wir hier besprechen befragt zur wirtschaftlichen entwicklung oder zur wirtschaftlichen lage werden banken versicherungen und großunternehmen und die geben dann sozusagen einen ausblick in das ganze und wichtige kennzahlen kommen dann am ende heraus und das sind hier inflationsraten das sind zinsen das sind ja wie es den aktienmärkten geht dem wechselkurs und der ölpreis an dieser stelle das sind wichtige faktoren dazu gibt es die befragung und da kommen dann am ende kennzahlen raus und die ergebnisse hier spiegeln dann die konjunkturerwartungen wieder und das sind dann dinge die als frühindikator für die wirtschaftliche lage in deutschland genommen werden also hier das ganze ist ähnlich zu sehen wie der ivo geschäftsklimaindex den bekommen wir dann ja in der nächsten woche auch mit geliefert also das sind wirklich wichtige wirtschaftskennzahlen die auch für zentralbanken wichtige stellschrauben sind ähnlich wie wir das beim biespuk in den usa sehen deswegen blicken wir auch immer dann wenn ein solcher us report gekommen ist in den us report auch mit rein das ganze gibt es monatlich wer das ganze sich auch anschauen möchte da gibt es eine internetseite bei der zew diesen bericht kann man sich durchlesen der steht als pdf zur verfügung ist auch druckbar für die sonntagsschau wenn ich die bildzeitung lesen will kann das lesen also es gibt eine möglichkeit sich das ganze anzuschauen wie schon gesagt kostenfrei ich stelle den link mal ganz kurz in die chats noch mit ein das heißt hier mache ich es einfach mal in facebook habe ich jetzt rein gepostet und ich poste das ganze auch gleich mal auf go to webinar und damit hat auch diesen link jeder wie schon gesagt wenn man sich anschauen möchte kann man das hier tun oder aber man wartet bis wir es hier an dieser stelle miteinander besprechen gehen wir gleich mal rein in den report hier die fakten im april für deutschland wir sehen hier die grafik und in der grafik ist eine sache schön zu erkennen wenn wir uns das ganze hier mal anschauen das ist der chart der konjunkturerwartung für deutschland der war jetzt lange lange zeit seit märz oder im april 2018 ist er hier in den negativen bereich reingegangen wir hatten zwar hier schon eine erholung gesehen aber hier sind wir jetzt erstmals wieder im positiven terrain das ist schon schön zu lesen das heißt hier wir haben einen weiteren anstieg der konjunkturerwartungen gesehen und sind jetzt auf einer punktezahl von plus 3,1 also der anstieg war schon positiv zu sehen und dass sich das ganze jetzt in dem positiven bereich fortsetzt rein von den erwartungen her das ist schon ein schönes zeichen spannend bleibt es natürlich wie sich das ganze weiterentwickelt aber aus aktueller sicht richtung frühindikator ist das doch auch wirklich schön zu sehen jetzt blicken wir mal noch auf die einschätzung der konjunkturellen lage also wie es heute ist ja und hier sehen wir ein bild was sich weiter eintrübt wir sehen es wir haben hier einen starken starken rücklauf gehabt und dieser rücklauf der nimmt kein ende wir gehen hier wirklich weiter in den keller das heißt die konjunkturelle lage von der seite her auf sicht der nächsten sechs monate ist eine stabilisierung erwartet aber und das ist das bild was wir hier drüben sehen die wirtschaftslage wird im großen teil dieser art dieser dieser befragten menschen eher als eingetrübt gesehen das heißt hier wir haben hier einen rückgang auf 5,5 punkte das ist das was wir hier sehen das heißt es gibt schon positive dinge die man in der wirtschaft sieht aber es ist halt nicht mehr sag ich mal alles rosa rot deswegen hier die zahlen das muss man einfach sehen dass die sag ich mal gründe schon auf dem tisch liegen wenn wir uns das ganze mal einschauen unter dem gesichtspunkt weshalb trübt sich die wirtschaftslage denn an das sieht man hier an dieser stelle es wurde eine umfrage gemacht 2019 bis 2021 also wie sich in diesem bereich die wirtschaft entwickeln soll wie da die gedanken dazu sind und da sehen wir halt dass es einen deutlichen unterschied gibt zu den ergebnissen aus der sonderumfrage im januar zu der aktuellen hier wenn wir uns das ganze mal unter dem bib den proteinland produkt anschauen für 2019 hier erwartet da hatten wir im januar ein erwartetes bib von 1,4 prozent im april nur ein prozent das ganze 2020 hatten wir im januar ein erwartetes bib von 1,5 jetzt sind es noch 1,4 und daran können wir sehen man geht zwar weiter von einem wachstum aus aber man geht von einem sich abschwächenden wachstum aus und das sind halt dinge die muss man irgendwo im hinterkopf behalten weil das kann dann dazu führen dass ich die lage in anderen faktoren in anderen sektoren mit eintrüben kann und das kann dann wirklich auswirken auf die gesamtwirtschaftliche leistung haben positive impulse für die wirtschaft werden aktuell lediglich von der geldpolitik gesehen und die negativen impulse die haben sich halt kaum verändert das heißt von der seite her gab es nicht wirklich was was hier den himmel aufhellen konnte das heißt wir haben weiterhin internationale handelskonflikte wir haben weiterhin den brexit prozess wo man auch davon ausgeht dass man noch nicht genau weiß wie hier das ende sein wird es gibt weiterhin das risiko dass wir einen ungeregelten brexit mit allen negativen folgen haben können das ist halt auch wichtig für die deutsche exportlastige wirtschaft muss man einfach immer im auge behaben und dann gibt es halt noch die schlechte entwicklung vom deutschen export das bringt alles so ein bisschen die sorgen falten auf die stirn und aus diesem grund hat man für die zukunft zwar positives weiter im auge aber es gibt halt schatten und diese schatten sind immer noch da ich denke wenn sich das ganze auflöst und zwar ein wohlgefallen auf ist dann wird sich das bild auch wieder deutlich ändern momentan sind sie halt da diese nachrichten und die müssen halt einfach aus dem weg geräumt werden weitere fakten im april aus deutschland die langfristige konjunktur prognose sinkt wir sehen dass hier wir haben ein schwaches erstes quartal bei den auftragseingängen und der produktion deutscher industrie gesehen der ausblick für die nächsten sechs monate ist hier eher verhalten und das thema rezession spielt weiterhin eine rolle wir sehen es hier die rezessionswahrscheinlichkeit wird aktuell bei 21 prozent gesehen es ist halt immer ein faktum das ist da die zahl ist hier wenn sie ansteigt wird sie wahrscheinlich irgendwann doch reeller werden man denkt darüber nach deswegen steht sie mit drinnen aber die verbesserung der zew konjunktur erwartungen die war ja auch zu lesen und die beruhen auf der hoffnung dass sich das weltwirtschaftliche umfeld weniger schlecht entwickelt als erwartet das ist die hoffnung wenn das passiert dann kann sich dann natürlich einiges aufhellen thema brexit aufschub man kann hier auch erwarten dass es eine gute lösung kommt das hat dann natürlich auch wieder sehr sehr positive wirtschaftsaufschwünge hin folge also es kann die dinge die jetzt nicht laufen oder zurückgestellt werden wegen brexit themen und dem thema geregelter ungeregelter brexit geregelter brexit wenn sich das in wohlgefallen auflöst wird das natürlich deutlich positiv sich auch so das wirtschaftswachstum durch konsum und baubranche ist weiterhin gut was ist eher belastet das ist die exportbranche hier bei uns in deutschland also dass der fahrzeugbau stahl und maschinenbau das sind die faktoren die eher belastet werden weil es halt exportfirmen sind das wirtschaftswachstum hier bei uns in deutschland ist halt gut weil wir nahezu voll belast voll beschäftigung haben wir haben steigende einnahmen uns geht es gut wir konsumieren wir bauen man sieht überall wird gebaut das also sind gute nachrichten für das bib da kommt das wachstum her nächste folie schauen wir auf europa europa ist ja auch wichtig für deutschland natürlich auch die usa großbritannien und japan das kommt dann hier auch in kürze schauen wir uns kurz die fakten für europa an wir sehen es hier die konjunkturerwartungen also im chart diese linie hier die sind auch wieder im positiven bereich wir hatten ja hier schon anstiege in den letzten monaten gesehen jetzt sind wir wieder oben der lage indikator also das ist das was wir hier sehen allerdings der geht wieder runter das heißt minus 6,6 punkte im vergleich zum vormonat auf 13,2 also hier das heißt die erwartungen drehen ins positive die aktuelle lage die ist weiter abgesagt das die punkte aus dem bericht was sagen uns diese zahlen die analysten sagen hier man erwartet eine leichte konjunktur verbesserung innerhalb der nächsten sechs monate die aktuelle lage wird zurückhaltend bewertet aus folgenden gründen nummer eins die industrieproduktion in der eurozone liegt unter den erwartungen ähnlich wie wir das in deutschland gesehen haben schwache erster start schwaches erstes quartal und nummer zwei wir haben in europa eine starke abhängigkeit unserer sektoren hier von der weltwirtschaftlichen entwicklung das heißt das verlangsamte wachstum im welthandel und der protektionismus der belastet momentan und das sieht man hier und das ist der grund weshalb die aktuelle lage eher zurückhaltend bewertet wird der blick über den großen teich in die usa hier ist wieder alles schön am steigen was lage und erwartungen auch angeht das heißt hier der lage indikator also die balken die wir sehen der kunde zulegen um 1,7 punkte gegenüber dem vormonat auf einen wert von 58,2 weiter geht's mit den erwartungen die erwartungen sehen wir hier noch im negativen bereich aber auch weiterhin ansteigen das heißt hier wir stehen bei 22,4 im minus bereich aber das ist ein zuwachs gegenüber dem vormonat von 2,8 punkten wir sehen es am graf also es geht wieder nach oben in den usa und auch der ausblick für die us-wirtschaft die erst leicht verbessert das heißt wir haben hier die gesamtwirtschaftliche situation wird mittelfristig als stabil erwartet und man geht auch davon aus dass sich das thema handelsstreit usa china weiter entspannt irgendwann auch gelöst wird das muss man einfach sehen aber das sind die dinge die man hier spielt blicken wir zu unserem britischen nachbarn nichts überraschendes was wir hier sehen die konjunkturerwartungen die verschlechtern sich wegen dem brexit thema der indikator hier für die erwartungen also das ist wieder diese linie hier der steht jetzt bei minus 62 punkten das ist ein rückgang von 5,5 punkten gegenüber dem vormonat der lage indikator also das was wir hier sehen der ist unverändert bei 38,7 punkten im minus also nicht ganz so schön was wir bei den briten sehen die experten haben hier wenig hoffnung auf einen geordneten brexit ein austritt ohne abkommen ist halt nicht vom tisch und das ganze bringt halt politische unsicherheit und das belastet die konjunktur hier in großbritannien und nun zum abschluss hier schauen wir noch auf japan auch ein wichtiger wirtschaftspartner für uns deutsche der konjunkturausblick ist hier weiterhin ein leicht verhalten der anstieg der erwartungen auf minus 2,2 punkte hier haben wir es halt das sehen wir hier ist ein anstieg das ist eine 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 verbesserung an dichter seite aber wir sehen es hier die konjunkturelle lage die verschlechtert sich halt hier weiterhin nach unten fällt auf minus 7,1 punkte was gegenüber dem vormonat einem rückgang von 4,9 punkten entspricht also japan ist halt hier etwas angespannt in der wirtschaftlichen lage der grund ist hier in dieser situation darin zu sehen also hier haben wir ja das eine das wachstum das andere der rückgang der grund für das wachstum sind im bereich der konjunkturerwartung die fortschritte im handelsstreit mit china und den usa dazu muss man allerdings auch sagen das war vor dem treffen mit trump und den chinesen mal gucken wie es nächsten monat aussieht was belastet die aktuelle lage hier in japan nummer eins der ausblick auf die nächsten sechs monate ist eher pessimistisch man sieht in japan keine inflationsdynamik wobei ich da an dieser stelle sagen muss das kenne ich ja in japan schon oder das kennen wir in japan schon sehr sehr viele jahre und die mehrheit der analysten geht hier von einer unverändert schwachen inflationsentwicklung aus also das hier der blick auf japan und damit auch das ende des blickes in den zew konjunktur index wir werden sehen was die wirtschaft drauf macht mit blick auf deutschland sehen wir weiterhin wachstum auch wenn das ganze eingeschränkt ist etwas alles sich verlangsamt aber die unternehmen sind trotzdem in der lage sage ich mal gutes geld zu verdienen wir haben weiterhin gute sage ich mal qualität in deutschland wir haben ein schönes starkes brutto inlandsprodukt wir haben eine steigende lohn zahlungskräftige gruppe also immer mehr leute verdienen wirklich auch gutes geld das stützt die wirtschaft das stützt die baubranche und wir haben immer noch die positiven ansätze wenn sich china mit japan mit den usa einig oder umgedreht ich weiß nicht genau wie das ganze im hintergrund läuft wird das positive auswirkungen haben wenn sich das thema brexit irgendwann mal löst vielleicht sogar in wohlgefallen auflöst wird es auch positiv sein also es gibt ein paar dinge die sich durchaus gut für die zukunft entwickeln können und aus diesem grund denke ich wird da aktuell nichts sein was uns mega mäßig negativ belasten wird alles andere bringen dann die nächsten konjunktur berichte danke an dieser stelle heute ist freitag ich wünsche allen einen guten entspannten start ins wochenende und ich lade hier auch alle zuschauer ein schauen sie morgens rein jeden börsentag bei ticmill um 8.30 auf der facebook seite von ticmill ticmill deutsch oder melden sich zu go to webinar an und dann sehen wir jeden morgen auch tolle handelsideen also allen ein schönes wochenende tschüss